ja guten morgen meine lieben balkongärtner heute geht es mal wieder nur um das thema tomaten bei mir ich wollte euch noch erklären welche pflanzenkrankheiten es gibt und die am meist gefürchteten tomatenkrankheiten sind die kraut und braunfäule die entstehen hauptsächlich bei zu nassen witterungsbedingungen ja und die blütenendfäule ist auch ein problem und da müsst ihr gleich immer unter die tomaten reinschauen denn die beginnt hier unten wenn ihr unter die tomate schaut dann fängt die an zu faulen das ist die die blütenendfäule die hatte ich auch schon letztes jahr bei einigen tomaten aber dieses jahr habe ich besonders auf einen trockenen standort gesetzt da wir auch umgezogen sind gefällt es den tomaten hier unter dem dach super gut ja das thema düngen ist natürlich auch so eine sache besonders wenn man die tomaten in töpfen zieht da ist es natürlich noch viel komplizierter als im freiland weil im freiland können die wurzeln natürlich sich die nährstoffe auch in tieferen erdschichten holen hier ist halt wirklich der wurzelraum begrenzt und wir müssen noch genauer und spezieller düngen daher empfehle ich natürlich am besten eignet sich eine komposterde die mit gartenerde vermischt wird am anfang der gartensaison die bringt dem pflanzen auch längere zeit den gewünschten dünger den sie braucht und die nährstoffe ja und bei diesen topf pflanzen habe ich jetzt verschiedene dünge mittel probiert also die ersten zu ersten drei die haben einen kompost dünger drin also gartenerde mit komposterde gemischt die haben sich richtig gut entwickelt ich habe auch einmal nur mit flüssig dünger ganz leicht nachgedüngt nach einem monat und einen nährstoffmangel scheint es hier überhaupt nicht zu geben bei diesen pflanzen hier sieht man zwar an den blättern ein paar trockene stellen das sind aber keine krankheiten also wenn ihr auch so was habt schaut mal genau hin das sind einfach nur mechanische schäden das kann durch wetter durch wind und wetter zustande kommen oder auch nur wenn sich die pflanze hier an einem bambustab reibt oder an der hauswand also da seid unbesorgt zum beispiel auch hier das ist wirklich nichts schlimmes natürlich entfernt man am besten solche blätter gleich seht ihr ja dieses blatt hier zum beispiel ist hier ganz dicht an der wand angelegen und dadurch auch diese stellen hier das kappe ich mal gleich ab da pass ich mal besser auf dann nämlich noch besser eine gartenschere nicht dass ich mir die pflanze kaputt macht also wie gesagt die kraut und braun voll das ist wirklich ein großes problem besonders bei den freilandtomaten da bekommt man dann einen schwarzen stengel und die tomaten gehen auch ein und woran ihr auch seht ob die tomaten genügend wasser haben zum beispiel jetzt am nachmittag wenn es richtig heiß wird dann sieht man dass ganz ganz oben die blätter schon so leicht ja so welch werden also dass diese runterhängen da sieht man dass die pflanze zu wenig wasser hat ist auch ganz wichtig wobei man unten dann sieht die blätter sind knackig und oben hänge sie runter das heißt die pflanze braucht noch etwas wasser dann werde ich jetzt wie man hier sieht in den kübeln hat sich die erde runter gesetzt und es ist zeit dass ich jetzt noch mal nach dünge ich bin die ganze zeit am überlegen welchen dünger ich jetzt nehmen soll ich habe ja meine scharf wohl dünger gekauft den könnte ich natürlich jetzt optimal hier einarbeiten indem ich hier die dünger ausstreuen und dann die pflanze mit restlicher erde auf auf fülle bis hier oben ungefähr das wäre eine möglichkeit dann habe ich noch den flüssig dünger der auch speziell für gemüse pflanzen ist den von kompo den könnte ich auch einsetzen und dann habe ich noch einen den vom neudorf der ist auch speziell für tomaten den werde ich speziell an dieser pflanze ausprobieren an der ochsen herz tomaten pflanze die ganzen dünger die werde ich euch auch unter dem video noch verlinken denn im video kann ich dir jetzt nicht gerade zeigen weil ich will ja auch keine schleichwerbung machen daher wichtig natürlich auch immer regelmäßig die pflanze ausgeizen es gibt natürlich auch einige gegenargumente dafür aber um den wuchs zu kräftigen und die pflanze zu schützen sollte man schon ausgeizen wichtig ist natürlich nur dass man halt richtig ausgeizt weil wenn man ausgeizt zum beispiel an feuchten tagen dann ist es natürlich wahrscheinlicher dass die offene stelle an der pflanze einen pilzbefall bekommt was auch ganz wichtig ist bei der tomatenpflanze besonders im spätsommer dann so juli august kann es natürlich auch dazu kommen dass die blutsaugenden schädlinge an die pflanze ran wollen zum beispiel die weiße fliege dazu gibt es auch ein sehr sehr gutes biologisches mittel das stellt sogar bayer her das werde ich euch auch noch unten verlinken falls ihr solch einen blattbefall bekommt aber nicht die früchte damit bespritzen nur die blätter hier kann man auch noch mal ausgeizen heute wird es nämlich schön heiß und trocken genau an solchen tagen eignet sich das ausgeizen am morgen natürlich bestens ja meine lieben gartenfreunde jetzt lasse ich es erstmal und ich wünsche euch noch gutes gelingen bei eurer tomatenaufzucht und ich hoffe euch hat das video gefallen auch wenn ich nicht zu sehen war aber das ist jetzt nicht so schlimm dafür zeige ich euch jetzt noch was hier schon gewachsen ist wow da habe ich schon eine melone eine wassermelone kleiner scherz die habe ich gerade gekauft und da reingelegt aber wie ihr hier seht sieht man schon wie die zucchini blüten aufblühen herrlich super ja dann bis zum nächsten mal euer christian und viel spaß beim gärtnern ciao ja 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 ja